Die meisten kennen die Petersilie als beliebtes Gewürz in der Küche. Die Petersilie kann aber noch viel mehr. Warum die Petersilie so gesund ist und wer besser auf das Küchengewürz verzichten sollte, erfährst du jetzt in meinem Video. Ob glatte oder krause Blätter, die Inhaltsstoffe der Petersilie können sich sehen lassen. Neben gesundheitsfördernden ätherischen Ölen, vielen sekundären Pflanzenstoffen und einem Vitaminkocktail aus Vitamin A, C und E und Beta-Carotin überzeugt das Küchengewürz mit jeder Menge Mineralstoffe, allen voran Kalium, Zink und Eisen. Es erstaunt daher nicht, dass die Petersilie durchaus viel Gutes für unsere Gesundheit bewirken kann. So beugt die Petersilie Erkältungskrankheiten vor. Ihr hoher Vitamin C-Gehalt schützt vor Infektionen und wirkt belebend auf den Organismus. Speziell ihr grüner Farbstoff, das Chlorophyll, ist dafür bekannt, die Leber- und die Nierenfunktionen in ihrer Tätigkeit zu unterstützen. Chlorophyll schützt aber auch vor giftigen, chemischen Substanzen wie Dioxin und kann Zellentartungen reduzieren. Zellentartungen sind ein gutes Stichwort. Studien aus den USA fanden Hinweise, dass der Inhaltsstoff Apigenin in der Petersilie Prostatakrebs vorbeugen könnte. Sicher ist hingegen, dass die Petersilie gesundheitsfördernde Wirkungen auf die Nieren- und Harnwege hat. Denn sie kurbelt die Urinausscheidung an. Das ist besonders hilfreich, wenn Krankheitserreger, Nieren- oder Blasensteine aus dem Körper gespült werden sollten. Doch auch unsere Knochen und Haare sind Nutznießer, denn sie werden durch das Calcium in der Petersilie gestärkt. Übrigens wird auch bei einem Eisenmangel der Verzehr von Petersilie empfohlen. Der Vorteil, das Eisen in der Petersilie kann dank seinem hohen Vitamin-C-Gehalt vom Körper gut aufgenommen werden. Wie du Eisenmangel schnell erkennen kannst und welche Lebensmittel noch helfen ihn schnell zu beheben, siehst du gleich in meinem nächsten Video. Abschließend möchte ich noch die häufig gestellte Frage beantworten, ob und warum vor dem Verzehr von Petersilie auch gewarnt werden muss. Ja, allerdings gilt das nur für bestimmte Gruppen von Menschen. Dazu gehören beispielsweise Schwangere. Schwangere können Petersilie essen, aber wenn möglich nur in kleinen Mengen. Der Grund, es könnten Gebärmutterkontraktionen ausgelöst werden. Wer sich hingegen aus gesundheitlichen Gründen kaliumarm ernähren muss oder gar an Nierenfunktionsstörungen leidet, sollte auf den Verzehr des leckeren Küchengewürzes ganz verzichten. Welche gesunden Wirkungen der Petersilie kennst du? Sag es mir in den Kommentaren unten und teile deine Erfahrungen. Du möchtest kein Video von mir mehr verpassen? Dann drücke jetzt den Abonnieren-Knopf und schon wirst du benachrichtigt, wenn ich ein neues Video online stelle. Viel Gesundheit, deine Caro von Vital Schnabel Upload- Upload- Upload-